Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei The Lost Crown. So und weiter geht's. Wir werden uns hier mal richtig umsehen. Das haben wir, glaube ich, schon in der letzten Folge gesehen. Die armen Kreaturen wurden gehäutet. Wer macht denn sowas mit den Katzen? Okay, jetzt schauen wir, es sieht aus wie Fotos hier drüben. Dann werden wir diese mal anschauen. Fotografien von Lucy und mir. Aber wie? Wer hat uns denn da fotografiert? Wir fangen hier oben mal an. Aber was kann man mit dem machen? Ah, ein roter Schlüssel. Mal schauen. Mal schauen, für was wir den Schlüssel brauchen. Das Foto kann man gar nicht anschauen. Das hier. Okay, hier sitzen wir im Zug. Hier sind wir in der Kirche. Wo ist das? Ach, das war bei dem Haus, wo wir mal gekocht haben oder die Zutaten da, die es in den Topf reingemacht haben. Okay. Kann man hier, ah, kann man auch noch vergrößern. Wo war das? Ah, wo wir mit Lucy in das Museum rein sind, glaube ich, oder? Ist das das Museum? Ah, das sieht aus wie ein kleiner Laden. Ist doch kein Museum, oder? Wo ist denn das? Hm, habe ich wo vergessen, oder? Wir waren da noch gar nicht. Okay, das ist bei uns im Cottage. Das ist bei der Lucy. Der hat uns fotografiert hier. Okay, hier, wo wir uns unterhalten. Okay. Wer macht denn so was? Zirkus? Ach so, das ist Lucy im Zirkus. Okay, ich glaube, da haben wir ja alle gesehen. Wir haben ja diesen Schlüssel. Ist das der rote? Wo ist der rote Schlüssel? Das scheint der hier zu sein. Genau das haben wir ja bekommen. Gibt es hier sonst noch irgendwie was? Kann man die Kerze anzünden? Nein. Schade, sind wir leider wieder auf diese Fotoseite gekommen. Mehr gibt es hier nicht. Dann werden wir weitergehen. War das fast unsichtbar. Aber was ist denn hier passiert? Hat der Typ hier mit seiner Sichel gewütet? Schauen wir uns erst mal das Bücherregal an. Gibt es hier irgendein Buch, was wir nehmen können, oder? Nur das eine, hm? Nur das Buch hier. Okay. Sieht aus, als wenn ja einer Versuche macht, klappt einfach das Gehirn auseinander. Halt, ich wollte es doch mal anschauen. Kann man gar nicht weiterblättern. Nein, man kann bloß die zwei Seiten. Kann man das irgendwie benutzen mit irgendwas? Das kann man benutzen. Kann man das fotografieren? Haben wir uns im Fotoapparat noch? Ja, dann haben wir noch. Kann man das fotografieren? Das ist nicht richtig. Mit was soll man denn das da benutzen? Ah, die Kamera da, die haben wir ja gar nicht. Die hat Lucy, glaube ich. Vielleicht werden wir das später noch raus. Ah, ist auch noch ein Buch. Ah, hier geht es weiter. Das sind versteckte Hinweise. Aber ich weiß nicht, wie man das... Man kann das eigentlich noch benutzen hier. Das Benutzen-Symbol ist ja da. Was haben wir denn da noch? Ja, das wäre ja Quatsch, oder? Mit dem Diktiergerät. Das ist nicht richtig. Nein. Vielleicht müssen wir später noch mal mit der Videokamera wiederkommen. Ich weiß es nicht. Okay, gehen wir erst mal weiter. Das finden wir schon raus. So, jetzt schauen wir mal hier um. Mr. Tibbs, nehme ich an. Arme, gequälte Kreatur. Oh, Mr. Tibbs. Na eben, das war ja aus dem Selte... äh, Kältekunner. Was ist das hier? Ah, kann man nicht aufmachen. Schauen wir uns das Bild mal an. Okay, was ist mit der rechten Person? Das sieht so komisch aus. Ist das eine Mumie? Das sieht so zerfallen aus, der Typ. Das Porträt. Ich kann nicht hinsehen. Machst du da drin? Und etwas ist mit den Augen. Der reine Hass. Ist ja Wahnsinn. So, schauen wir mal, was da unten drin ist. Ah, verschlossen. Passt da vielleicht dieser kleine rote Schlüssel? Ich hoffe es mal. Halt. Nehmen und dann probieren. Ah, mal schauen. Scheint der zu funktionieren. Ah, die Sichel ist drin. Oh, oh. Jetzt sind wir eingeschlossen. Und die Fliegen kommen. Ich muss schnell nachdenken. Na, da denken wir schnell nach. Wir auch verschwinden erstmal schnell. Kann man den Riegel wieder aufmachen, oder? Ist das von außen? Ah, scheiße, von außen. Jetzt kommen wir gar nicht mehr raus. Ah, der Typ. Ich glaube, der will uns ankragen. Äh, wir haben ja das komische Wogi-Togi noch. Ich bin eingesperrt. Wir können uns ja gerade schüren. Nigel? Hier ist das Wogi-Togi. Bitte kommen. Bitte kommen, ich bin du. Das ist nicht richtig. Wie können wir denn das benutzen? Das ist nicht richtig. Ah. Hilfe, Lucy. Ich bin eingesperrt. Holen Sie mich hier raus. Holen Sie mich hier raus. Nigel. Nigel. Na, gerade Lucy. Nigel, was ist los? Die Fliegen. Schaffen Sie sie weg von mir. Nigel, hier ist nichts. Schaffen Sie sie weg. Hören Sie auf. Sehen Sie mich an. Die Katzen. Oh, bitte nicht. Sie wurden gehäutet. Wer auch immer das getan hat, er wird dafür zahlen. Da waren Fliegen. Tausende von Fliegen. Es ist dieser Ort. Er beeinträchtigt ihr Urteilsvermögen. Nein, es war real. Ganz sicher. Was ist das? Das sind Sie und ich. Jemand hat uns beobachtet. Wer? Wer würde das tun? Und die Katzen. Es ist grauenhaft. Ich weiß nicht. Hier, nehmen Sie. Als Beweis. Gute Idee. Wir sind die Ersten am Tatort. Ich schaue mich mal um. Mal sehen, was ich finde. Okay, die Kamera. Haben wir die Videokamera wiederbekommen? Nein, leider nicht. Jetzt hat die auch noch unsere Fotokamera. Jetzt können wir endlich mal in die Schublade mal reinschauen. Haha. Jetzt sind die beide hier. So komisch ist das. Schauen Sie uns das Bild nochmal an. Jetzt sind alle beide so komisch aus. Verändert. Worum das? Da hinten sind ja noch zwei Herren. Die müssen auch erstmal zu Mumien werden. Das Porträt. Ich kann nicht hinsehen. Wann ist schon wieder? Irgendetwas ist mit den Augen. Der reine Hass. Mal schauen, was diesmal kommt. Wieder fliegen. Hallo? Keine fliegen. Okay. Dann schauen wir mal in die Schublade nach. Das sind zwei Bücher, wie es ausschaut. Oder eins. Diese widerlichen Kreaturen beobachten meine Fortschritte. Tötet sie. Tötet sie. Meidet, äh, weidet sie aus. Häutet sie. Verbrennt sie. Lockt sie her zu diesem Ort. Verriegelte Tür und besiegelt ihr Schicksal. Wo William einst versagte, werde ich siegen. Sie sprechen zu mir. Meine ermordeten Brüder. Sie lehren mich die Gunst des schwarzen Herzens. Das Tagebuch enthält das Geschwafel eines Verrückten. Das Tagebuch enthält das Geschwafel eines Verrückten. Okay. Ist das das Gleiche? Nein. Ist was anderes. Ah, wieder drei. Sind wieder drei Kronen. Drei Kronen. Eine Verbindung zu der Legende. Genau. Okay. Ich muss die Arbeit meiner Brüder vollenden. Denn sie kannten das letzte große Geheimnis um den größten Schatz von Sechsten. Wie schon meine Brüder vor mir, werde ich einen Ort für die dunkelsten Begierden erbauen und seine Wände mit Blut schmücken. Niemand darf die Krone finden. Niemand darf zu tief graben. Es ist meine bescheidene Aufgabe. Meine allein. Denn meine Brüder sind nicht mehr. Ich spüre ihre Gegenwart. Näher, immer näher. Sie warnen mich vor den Namen, die sich einmischen wollen. Schatzsuche. Was öffnet ihnen die Herzen? Öffnet sie weit. Vergisst ihr Blut. Das Geheimnis muss gehütet werden. Okay. Kann man hier weiterblättern? Jemand setzt die finstere Arbeit der Eggers fort. Wer denn? Wer macht denn sowas? Okay, das war's. Werden wir uns? Na, was kann man denn mit diesem Buch noch machen da? Irgendwas konnte man noch machen, aber halt es. Ist das eine Krone? Na eben, das ist ja umgedreht. Das war für uns nichts. Ja, definitiv eine Krone. Dann werden wir uns das Buch mal anschauen. Frederick Ager. Frederick Ager, okay. Ah, hier kann man auch was machen. Ah, kann man bloß umklettern. Er baut an einem Ort in Grindles Umarmung? Er muss die Netzhütte meinen. Nochmal zurück, hallo. Er baut an einem Ort in Grindles Umarmung? Er muss die Netzhütte meinen. Ich wollte doch bloß umklettern. So. Frederick Ager's Journal Agerhaus Raven Lane, Northfield, Angelia Die Stadt ist viel weiser, um nach dem Schatz zu eifern, aus längst vergessener Zeit. Doch kommen noch viele aus Ländern ganz fern, um die Krone zu suchen, unter Mond und Stern. Ein Ort muss ich schaffen, in Grindles Unarmung, wo die Gierigen ihre Seele verlieren. Diese edle Tat, sie fehlt mir anheim, damit Krone und Gestern beschützt mögen sein. Eine Legende verbreiten, die weit soll reisen, doch Wahrheit, Ort und Krone verborgen. Soll sie zur Grindel locken, der still und leise schon auf sie wartet. Sie zur Zerreißen Blut, Blut färbt die Wände, Schallerrot, Grindel bringt den Gierigen den Tod. So ist Schluss mit der Gierigen Jagd. Okay, das haben wir mal mitgenommen. So, jetzt schauen wir uns mal weiter, um was gibt es hier Schönes. Was sind das? Spritzen? Eine düstere Sammlung von Gegenständen. Ach so. Was ist denn das in der Hand? Ist da eine Hand im Glas? Eine düstere Sammlung von Gegenständen. Kann man hier oben noch was schauen jetzt? Mr. Tibbs, nehme ich an. Arme, gequälte Kreatur. Okay, wollen wir nochmal das Bild... Ah, ist das das gleiche? Eine düstere Sammlung von Gegenständen. Okay, schauen wir uns nochmal das Bild an, ich weiß ja nicht, vielleicht ändert sich noch was. Ich hoffe es mal. Das hat sich verändert. Genau. Haha. Das haben wir schon gesehen, kann man es abbrechen? Man kann es leider nicht abbrechen. Das Porträt, ich kann nicht hinsehen. Aber zum Glück ist kommen keine Fliegen mehr. Irgendetwas ist mit den Augen. Der reine Hass. So, hier gab es nichts weiter, oder? Nicht, dass wir irgendwas übersehen. Wir schauen lieber nochmal im Bücherregal. Hier war ja alles... Was kann man denn mit dem Buch machen? Aber hier ist das Benutzensymbol eigentlich drauf. Fotos können wir leider keine machen. Jetzt haben wir auch kein Fotoapparat mehr. Schade, schade, schade. Und das... Wokitoki haben wir bloß noch. Und den Camcorder, den haben wir auch nicht mehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Kann man hier noch irgendwo was... Nein, kann man nichts machen. Okay. Schade, das war es eigentlich. Müssen wir nochmal mit Lucy reden? Reden wir nochmal mit ihr? Wie läuft es mit den Beweisen? Mühsam. Hinter all dem steckt jemand wirklich Gestörtes. Genau. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Ich habe ein Tagebuch gefunden. Wer hat es geschrieben? Irgendein Hinweis? Nein, aber jemand sehr Lebendiges. So viel ist sicher. Also kein Ghostwriter. Wir machen Fortschritte. Das Tagebuch enthält das Geschwafel eines Verrückten. Nicht verrückt, Nigel. Psychotisch. Das ist geplant. Vorsätzlich. Okay. Das Gemälde hat sich verändert. Das Gemälde hat sich verändert. Welches Gemälde? Die Ager-Brüder. Eine alte Familie. Böse, bis auf die Knochen. Warum ist das Gemälde hier? Jemand setzt die finstere Arbeit der Agers fort. Wie ein Nachahmungstäter, meinen Sie? Schlimmer. Ich denke, er glaubt, er könnte das Unausweichliche verhindern. Was genau meinen Sie mit dem Unausweichlichen? Die Entdeckung des Schatzes. Die Entdeckung des Schatzes. Sie glauben, die beiden sind miteinander verbunden? Da bin ich sicher. Ich denke, dies war eine Warnung. Eine Warnung für Neugierige? Vielleicht. Ja, an uns. Und diese Katzen. Ihre Neugier hat sie getötet. Das liegt jetzt nicht mehr in unseren Händen. Wir müssen die Polizei rufen. Ja, Sie haben recht. Das ist jetzt ein Kriminalfall. Verschwinden wir von hier, bevor wir den Tatort noch mehr kontaminieren. Ich kann zur Telefonzelle gehen, wenn Sie sich verdrücken wollen. Nein. Darum kümmere ich mich. Wieso sagen Sie das? Ich sage es meinem Bruder. Ihrem Bruder? Welcher Bruder? Sie werden ihn als Alex Bidmore kennen. Der Journalist? Oh. Ich hätte es wissen müssen. Er ist kein Journalist. Er ist Detective. Bei der Polizei. Ich hätte es trotzdem wissen müssen. Wieso sagen Sie das? Sein Name? Es ist ein Anagramm. Sein Name? Es ist ein Anagramm. Ja. Spitmore ist ein Anagramm von Impostor. Also Hochstapler. Und er ist Ihr Bruder? Was tut er hier? Er arbeitet verdeckt. Er ist jetzt seit Wochen an diesem Fall. Die Katzenentführungen? Warum hat er das nicht gesagt? Tja, er dachte, Sie wären es. Was? Also war unsere Freundschaft eine Lüge? Nigel, nein. Ich mag sie. Ich konnte nur nichts sagen. Und übrigens, Sie sind auch nicht besonders entgegenkommend. Was? Was? Warum sind Sie wirklich hier? Was ist die Haddon Corporation? Und von wem haben Sie diese Apparate? Und warum? Okay, also war keiner von uns wirklich offen. Aber Sie müssen verstehen. Ja, ich habe auch nicht gern Geheimnisse. Ich suche Alex und sage ihm, was wir gefunden haben. Und ich? Was soll ich tun? Ruhen Sie sich aus. Sie haben einen Schock. Ein Tee wirkt Wunder. Tee? Aha, verstehe. Bei Nanny Noah? Genau, Nanny Noah. Ruhen Sie sich aus. Ich rufe später an. Okay, mach das. Wir haben einen Schock. Uh, werden wir gleich eingeliefert. Wir gehen wenigstens mal automatisch zu, der Nanny. Okay, und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Tschüss.